Herzlich willkommen liebe Brettspielgeeks zu unserem neuen Video und heute stelle ich euch Bad Karmas and the Curse of Cthulhu vor. Und ja, ich habe dieses Spiel jetzt öfter gespielt, das ist die Demo von Bad Karmas and the Curse of Cthulhu. Das ist eine Erweiterung, das Basisspiel wurde auf Kickstarter oder GameFound jetzt ausgeliefert und das Video ist auch gesponsert von Teburu und deshalb danke dafür. Und ich werde euch jetzt zeigen, wieso das so faszinierend ist, wieso das so viel Spaß macht. Und ja, es ist gesponsert, aber ich bin trotzdem richtig begeistert davon. Ich hatte auch, als ich das gespielt habe, wieder so richtige Gänsehautmomente. Das ist einfach nice. Das Teburu-System ist ein virtuelles... eine Brettspielkonsole so ein bisschen. Das heißt, wir legen dieses Teburu-Brett aus und danach kommt dann das Spielbrett drauf und dann spielen wir gegen irgendeinen Boss hier bei Bad Karmas. Es gibt noch das Vampire-Universum-Brettspiel, das jetzt auch bald ausgeliefert wird und dann auch auf Deutsch bei Pegasus kommt. Hier geht es aber darum, dass wir einen Boss-Bettler haben. Das heißt, wir werden mit bis zu vier Helden gegen einen Boss kämpfen und jetzt gibt es gerade die Kampagne gegen die Cthulhu-Monster. Und wenn euch das auch interessiert, habe ich unten einfach mal einen Link, wo ihr draufdrücken könnt. Ich zeige euch jetzt aber das Ganze mal in Action, wie das Ganze aussieht, wie das so das Gameplay ist und ja, viel Spaß. Kommen wir jetzt zu dem Teburu, wie das Ganze hier eigentlich funktioniert. Ihr werdet ein Teburu-Brett brauchen, das heißt, ihr braucht nur eins davon und später werdet ihr dann einfach die Spielbretter hier drauflegen. Wenn ihr ein Spiel starten wollt, braucht ihr ein Gerät, was ihr als Hauptgerät benutzen werdet. Ihr könnt natürlich das auch für die anderen Spieler benutzen, aber am Praktischen ist es einfach, wenn ihr auf eurem Handy auch die App installiert, dann sucht ihr euch eure Kampagne aus, dürft euch den Schwierigkeitsgrad aussuchen und dann einfach das Spiel starten. Das Ganze wird auch musikalisch begleitet. Ich habe jetzt hier die Musik aber ausgelassen. Und es wird euch dann direkt sagen, okay, platziert jetzt das Spielbrett, was müsst ihr machen und dann wird es euch sagen, dass ihr jetzt die folgenden Tokens nehmt und die sollt ihr auch platzieren. So, die Sachen habe ich jetzt platziert wie auf dem Spielbrett. Die drei Eismarker brauchen wir noch nicht, die kann ich einfach beiseite legen. Dann geht das Ganze weiter. Und jetzt müsst ihr die jeweilige Miniatur nehmen, mit der ihr spielt. Könnt ihr einfach nehmen, hier rein tun und dann einfach einmal vorsichtig drehen und dann seht ihr schon, okay, es leuchtet, es erkennt alles. Hier ist ganz wichtig, hier ist so ein Pfeil nach vorne. Das heißt, hier ist die Vorderseite der Miniatur. So, haben wir gemacht. Ihr könnt das Ganze auch immer testen. Start klar, los geht's. Dann sagt er uns halt auch noch, wo wir den hinstellen sollen und in welche Richtung er guckt. So, jetzt dürfen wir unsere Miniaturen platzieren. Und danach können wir auch schon anfangen zu spielen. Das heißt, ich werde jetzt einmal kurz für euch, damit ihr es hört, wird hier so atmosphärische Ambient-Sound sein. Und wenn bestimmte Sachen passieren, wie jetzt zum Beispiel hier, und ein bestimmter Spieler dran ist, wird er am Handy immer kriegen, okay, hier fortsetzen, du bist jetzt dran. So, und unsere Mission ist es, bei Bad Karmas immer den jeweiligen Boss umzuhauen. Also jetzt hier Ishka oder später Kuthulu. So, und wenn ihr dran seid, dann habt ihr hier euer Handy vor euch und dürft dann halt, weil ich jetzt nur ein Handy habe, aussuchen, wer wann dran ist. Das heißt, ich könnte jetzt sagen, okay, ich will jetzt hier Erster sein und ich nehme die folgende Ability mit und der andere Charakter will Zweiter sein, nimmt die Ability mit und so weiter und so fort. So, und wenn alle fertig sind, kann man dann auf bereit drücken. Hier sind halt verschiedene Boni, die ihr nehmen könnt, zum Beispiel, dass ihr mehr bewegen könnt, weniger Cooldown habt und so weiter und so fort. Danach würde ich sagen, okay, die Reihenfolge stimmt so. Wenn ich mehrere Handys habe, würden die sich hier auch alle gleichsetzen. Damit ihr jetzt ein leichtes Gefühl kriegt, wie so ein Spiel aussieht. Hier steht dann immer, welcher Spieler gerade dran ist. Das wäre jetzt hier der Cowboy. Ishkala müssen wir besiegen. Das heißt, der läuft jetzt hier gerade rum. Thematisch ist das Ganze, dass er am Anfang noch, ja, so ein bisschen ist ihm egal, was wir eigentlich machen. Und er läuft einfach und spaziert und wir werden Damage auf ihn machen. Und während wir Schaden auf ihn machen, wird er dann irgendwann reagieren. Wenn ihr jetzt dran seid, dann habt ihr hier euer Handy vor euch. So, und das wird auch benutzt, um Aktionen auszuführen. Dass ich zum Beispiel sagen kann, ich könnte mich heilen oder ich könnte jetzt einen Angriff machen. Und hier oben seht ihr auch, ich habe eine Reichweite von zwei. Das heißt, schauen, okay, eins, zwei, ich würde ihm Schaden machen. Das heißt, ich wähle jetzt einfach aus. Gunshot, kann das auswählen. Hier ist dann alles nochmal erklärt, dass ich würfeln muss und so. So, und ich will die Aktion einsetzen. So, das Ganze wird jetzt zum Beispiel hier auf dem iPad nochmal gezeigt und dass ich würfeln muss. Und dann nehme ich diesen Würfel, ich habe jetzt hier einen. Den muss man auch ein bisschen würfeln, damit der auch weiß, okay, ich habe richtig gewürfelt. Zack, und ihr seht hier direkt fünf. Ich habe fünf Schaden gemacht. Das aktualisiert sich hier alles. Ich habe noch Bonusschaden. Und wir sehen jetzt hier oben am Balken auch, okay, er hat Schaden gekriegt. Und ja, die müssen wir halt komplett runterhauen. Wir wissen auch tatsächlich nicht, was er eigentlich vorhat. Das Spielbrett sagt uns jetzt, okay, Itkala bewegt sich jetzt um zwei Felder. Und dann müssen wir das auch so machen. Dann müssen wir ihn hier hinstellen. Das heißt, er hat sich jetzt hierhin bewegt. Und dann muss ich jetzt, wird halt wieder der Spieler darauf hingewiesen. Hier, Karte aktualisiert, habe ich gemacht. Und dann ist der nächste Spieler dran. Und so machen wir dann unsere Aktion. Wir können uns auch bewegen. Das Spiel gibt uns auch die ganze Zeit so Hinweise, es ist ziemlich kalt. Such dir am besten ein bisschen, ja, etwas, wo du dich verstecken kannst. Das heißt, stell dich mal da rein. Weil später in der Mission könnte es sehr kalt werden. Ich zeige euch hier aber auch noch ein paar Sachen. Ihr könnt zum Beispiel auch neue Karten freischalten. Und ihr kriegt dann auch eine Ultimate. Das Ganze hier ist natürlich noch die Beta. Also das Curse of the Cthulhu. Aber später werdet ihr zum Beispiel auch euer Deck bauen. Ihr könnt euch eure Miniatur natürlich aussuchen, mit der ihr spielen wollt. Und dann werden wir gegen ihn kämpfen. Und leider muss ich jetzt im Review weitergehen. Aber ich würde echt gerne noch mit ihm ein bisschen was machen. So, und der blendet auch immer die Option aus, die ich nicht machen darf. So, schauen wir mal. Das heißt, wir könnten uns zum Beispiel auch eins, zwei bewegen. Also man kann auch eins, man kann sich so bewegen. Deshalb habe ich das gesagt. Hier bin ich auch in der Sicherheit. Ich habe eine Reichweite von eins. Eins, die würde ich natürlich machen, um den Gegner anzugreifen. So, dann schüttle ich wieder den Würfel. Und wieder eine Fünf gewürfelt. Nice. Das heißt, ich gebe ihm wieder ordentlich Schaden. Acht Schaden. Aber ihr seht hier, beim Balken ist nicht so viel passiert. Und jetzt ist wieder Ischkala dran. Und er macht jetzt erstmal gar nichts. Er läuft wieder weiter durch die Gegend. Das Ganze ist hier thematisch so, dass er so ein bisschen uns ignoriert. Aber danach wird er immer crazy Sachen machen. Er wird später verschwinden und irgendwo zufällig wieder auftauchen. Und den Rest können wir natürlich auch noch entdecken. Und jeder Boss unterscheidet sich da natürlich voneinander. Ich habe hier noch Cthulhu, der sich nochmal anders verhalten wird. Aber wie der sich genau verhalten wird und wie er sich spielt, das ist halt etwas, was ihr selber herausfindet. Ich muss zuallererst sagen, natürlich, wenn ihr gar keinen Bock auf Handys am Tisch habt, dann ist das definitiv nichts für euch. Ich habe damit überhaupt gar kein Problem. Und ich muss persönlich sagen, ich habe hier bei Bad Carmas weniger auf mein Handy und so weiter geschaut, als bei so, ja, Suche nach Planet X oder anderen Spielen, die eine App-Integration haben. Weil tatsächlich ist das Brett nicht einfach nur ein kleines Gimmick, sondern es macht halt wirklich auch verschiedene spannende Sachen und kann damit etwas machen, was viele Boss-Battler eben nicht machen können. Und zwar, dass die Bosse darauf reagieren, was du machst, ohne dass du dich spoilerst. Es gibt hier kein AI-Rack, es gibt hier keine Vorbereitungszeit, die wirklich sehr lange dauert. Dieses Spiel ist aufzubauen, dauert ein paar Minuten und dann geht es auch schon los. Und was hier dann halt auch so cool ist, ist, wenn ihr etwas macht, weiß das Monster immer ganz genau, was ihr gemacht habt. Wir reden jetzt hier aber über die Bad Carmas, Curse of Cthulhu-Erweiterung. Ihr könnt natürlich das Basisspiel und die ganzen Basismonster auch dazu holen. Aber jetzt bei der Erweiterung gibt es die neuen Cthulhu-Monster. Und was Ichkar, wenn ich ihn richtig ausgesprochen habe, hier so besonders macht, ist so ein bisschen, dass ihn juckt eigentlich gar nicht, dass wir da sind. Wir sind am Anfang da und machen Schaden auf ihn, aber juckt ihn nicht. Der hat keinen Bock auf uns. Wir sind so kleine Pupsis, auf die der keine Zeit verschwenden will. Aber desto mehr Schaden wir machen, desto wütender wird er. Das heißt, am Anfang lauft er rum, macht so ein bisschen Schaden und wisst eigentlich gar nicht, was los ist. Und auf einmal, zack, verschwindet er und taucht woanders wieder auf. Einfach genial. Also es ist keine krasse Sache, aber doch irgendwie dieses Ungewisse, was für mich auch zu HB Lovecraft gehört, haben sie hier, finde ich, sehr gut umgesetzt. Das ist eben der Punkt, was hier so viel Spaß macht, wieso dieses Tiburo-System so gut funktioniert. Weil es eben mit uns spielen kann, ohne dass wir dafür irgendwas vorbereiten müssen, ohne dass wir uns aus Versehen spoilern können und wir könnten auch nicht schummeln oder Sonstiges. Das, finde ich, ist hier richtig gut gemacht. Anderes Thema sind natürlich die Mediatur. Und ich muss sagen, dieser Cthulhu hier, der sieht doch schon ziemlich leis aus. Also die Mediaturen sind tatsächlich, so wie man sie von CoolMiniOrNot und so weiter kennt, in sehr guter Qualität und ich habe hier nur den Prototyp. Das, finde ich, ist auch sehr, sehr gut geworden. Ebenfalls die App-Umsetzung. Ich habe hier die Beta. Ich weiß nicht, wann das Spiel ausgeliefert wird, aber die Beta ist tatsächlich schon, ja, richtig, richtig gut. Ich hatte jetzt beim Probespielen kein einziges Mal irgendwie Probleme oder Sonstiges. Ich habe es jetzt hier auf Deutsch gespielt. Da gab es dann einmal oder so, dass man sagt, okay, hier kommt ja jetzt noch der Text rein, weil das ist ja noch die Beta. Aber schwamm drum. Ich sollte das eigentlich auch nur auf Englisch spielen. Es klappt aber alles richtig gut. Was ich auch richtig toll finde, ist sogar, wenn ihr Regelfehler macht. Das heißt, wenn ich jetzt die Dame hier falsch bewege und, keine Ahnung, fünf Schritte machen will, obwohl ich das gar nicht darf, dann sagt mir auch sofort mein Tribunosystem, ey, das darfst du nicht. Und das, finde ich, ist richtig cool. Deshalb, wenn ihr offen seid für Neues und auch Digitales, dann ist dieses Tribunosystem eigentlich schon ein Must-Have. Also es ist ziemlich cool, besonders es kommt jetzt auch auf Deutsch. Das heißt, wenn ihr euch das jetzt auf Kickstarter holt, könnt ihr dann einfach die App auf Deutsch spielen. Das, wie gesagt, habe ich jetzt schon getestet, funktioniert jetzt schon alles super. Und was soll ich da sonst noch sagen? Wenn ihr aber sagt, ne, iPad und so, finde ich, gehört nicht an den Spieltisch. Ich will nur pure analoge Sachen haben. Kann ich auch vollkommen verstehen. Dann ist das definitiv nichts für euch. Aber dann sage ich trotzdem, gebt dem Ganzen mal eine Chance und schaut mal, wie es ist, weil ich finde es echt faszinierend. So, mag jetzt ein bisschen Fanboy klingen, aber ich bin tatsächlich sehr begeistert von dem Tribunosystem und von Bad Covers. Das macht mir richtig viel Spaß. Klappt auch übrigens sehr gut solo. Also ich habe es zu dritt gespielt, solo gespielt. Das macht in beiden Momenten richtig viel Spaß. Ich würde euch aber empfehlen, dass ihr irgendwie ein Tablet zu Hause habt oder das dann am Laptop oder sonstiges, damit ihr einen großen Screen habt, wo ihr so die Hauptaktionen darstellen könnt. Also, wenn euch das Tribunosystem und die neue Erweiterung zu Bad Covers interessieren, unten ist der Link, da könnt ihr das Ganze unterstützen. Ich sage danke fürs Zuschauen. Ich sage auch danke an Tribunos, dass ihr das Video gesponsert habt. Und ich wünsche euch viel Spaß, wenn ihr das Tribunosystem holt mit dem Tribunosystem. Ich garantiere, ihr kriegt da Gänsehaut. Und danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.